Heute und zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Shellshock mit Items und Bastis Drachen. Blocke. Blöckchen. Nah dran. Warum startet der nicht? Das weiß ich nicht, was du gemacht hast. Es fehlt noch der Pinguin. Vielleicht musst du doch nicht Team Battle machen, sondern anscheinend geht das nicht zwei gegen einen. Das ist wahrscheinlich nicht fair genug. Dann machen wir wieder ganz normal. Free for all. Ready, go. Ready, steady, go. Aber jetzt startet's. Jetzt hat Blocke wieder weggenommen. Blocke. Ey hier, folgt der Rebell, ey. Jetzt mach schnell, sonst muss ich wieder drücken. Ach Katze, du musst jetzt hier die Players auf drei stellen. Du kannst die Player jetzt auf drei stellen, Knalltüte. Entschuldigung. Wir haben es geschafft. Unglaublich. Wow, in der Zeit hätte ich Musik anmachen können. Ja, ist nicht schlimm. So, und zwar. Dann haben wir gedacht, zwei gegen eins. Das heißt, ihr beiden gegen mich. Oh, ihr steht auch. Oh nein. Okay, lassen wir das lieber. Wow. Ich bin hier gerade Professor Professionell übrigens. Also, ich hab hier gerade volle Kanne meinen Musikplayer voll unter Kontrolle und der hat euch gerade auch nicht viel zu laut beschallt, als ich die Musik angemacht hab. Darf ich schon was machen? Ja, ja, du kannst schon aussuchen und schon mal Fire drücken, während Katze nach blödem Zeug laufen. Aber wir machen jetzt gegen, gegen, gegen. Ihr macht beide gegen mich. Oh, meinst du, gegen Louis. Ich hab das Gefühl, Katze macht nicht. Ähm. Dann mach ich jetzt hier einfach ein Deadweight. Nein. Nein. Das hat nicht geklappt. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich wollte mich selber treffen. Das war der Trick dahinter. Ich glaube, ich glaube dir nicht. Verdammte Scheiße, was hab ich denn da gemacht? Was sind denn diese Viecher da oben? Machen die was? Teleportis. Nein, die machen nix. Teleportis. 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 Sieht gut. Start it, Putsi. Hui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, das war schon, ne, war schon gar nicht so bad, ne? Also, ich kann hier, ich kann hier echt überhaupt nicht mehr rumfahren, ne? Ich, ich... Ja, du bist ja zu sehr an der Kante. Ui. So, ich will jetzt, ich will jetzt hoffen, dass das hier trifft. Wenn das hier trifft, Baloui. Sei ruhig. Red nicht mit dir. Wenn du jetzt Sniper benutzt, hau ich dich sowieso kaputt. Der trifft niemals. Aber meine auch. Nein, nein, der trifft niemals. Zahnrad. Entschuldigung. Was ist denn falsch mit dir? Entschuldigung. Wir machen doch nicht zwei gegen eins. Ich hab's mir gerade anders überlegt. Junge. Hab ich Fischis? Ist doch nicht okay. Okay, dann kriegst du eine Granate. Bitteschön. Das ist auch nicht okay. Ui ist aber zu weit weg. Oh, ich glaube, das war echt ne blöde Idee von mir zu sagen, dass ihr zwei... Nein. Nächste Runde machen wir wieder alle gegen alle, okay? Ja, alle gegen alle. Das ist ja... Ich werd ja gerade nur auseinandergenommen. Das ist ja richtig bitter. Kennst du das da schon? Boah. Ich spiel nicht mehr. Es tut mir leid, Baloui. Oh, mir fällt gerade auf, jetzt muss ich noch Flocke umbringen. Wie, das spiel vorhin nicht gegen Katze. Der ist viel zu gut. Basti ist wenigstens nicht so gut. Der ist wenigstens nicht so gut, ey. Ja, der ist nicht so gut. Guck mal, eine Flower. Hoffentlich trifft sie sich selber. Ja, aber sie trifft sich selber. Ein, zwei... Mein, aber eigentlich, Katze soll sich selber treffen. Komm, ich mach jetzt... Oh, nee, Flocke, such ich das nicht. Ja, ich glaub, das trifft nicht. Das trifft nicht, aber ich versuch's trotzdem mal, ob's trifft. Nein! Nein! Ja, es trifft! Nice! Oh, ich bin so awesome. Ja! Awesome. Es ist immer wieder gut, wenn man neue Spieler mit ins Boot holt, die das noch nie... Komm, ich mach dich mal ein bisschen höher hier. Guck mal, ich zeig dir mal, wie du höher kommst. Und tschüss. So. 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 Hörst du jetzt auf? Nein! Nein! Aua! Das nennt man Overkill. Das nennt man Necrophili. Katja, Puddemacht! Wir sehen viel cooler aus. Ja, wir brennen. Richtig. Das ist, das ist Flame-Deko. Ich glaube, du verstehst das noch nicht. Ja, das ist, äh, hier, Feuermagier. Passt. Ja gut, genau. Okay, wir machen einfach die nächste Runde. Ich ignoriere, dass gerade was passiert ist. Ja, ja, lass mal alle gegen alle machen. Mhm. Ja, find ich viel besser. Also, im Prinzip heißt das alle gegen Katze. Nein. Ich hoffe nicht. Mach doch! Ich hab, ich hab, ich hab deinen Augenzwinkern gesehen, okay? Oh, ich seh schon, es ist auch schon dazu aus. Ja, alles geht. Ja, Brunale! Lass mal hier hochfahren, das geht nicht. Ja. Ach Katze, das würde ich doch niemals machen. Wenn man hier jetzt übrigens auf die 80 geht, und dann so macht... Gibt ja eine 80. Und, und wenn man dann hier das da macht... Oh, laber nicht so viel, schieß einfach. Okay. Ach, das geht gar nicht so weit, das ist natürlich bitter, das kann man ja auch nicht wissen. Oh ja, ich bin, bin ziemlich kacke gerade. Ich würde sagen, mein Schuss war... Ja, das hat ja gut geklappt, da mit deiner 80. Was wolltest du machen? Ich weiß nicht, was er machen wollte, er wollte doofes Zeug labern, hast du ja gemerkt. Naja. Naja. Er ist nicht nett, Menschen. Na, jetzt kriegt der jetzt, pass auf, jetzt ist der One-Hit-Wonder. Komm. Ja, dann drückst du, Baloui. Wieso kommt meinst du denn nicht so weit? Was ist denn das für ein Schüssel? Hast du getroffen, Baloui? Hm, anscheinend nicht. Ach, Gott. Da ist immer die Klappe, man. Warum ist denn das daneben gegangen? Ja, weißt du, was mich richtig stören würde? Oh, sei ruhig, ich rede nicht mehr mit dir. Wenn jetzt was durch den Teleporter kommt, meinst du? Ne, hier, so, wenn dieses schwarze Loch das jetzt schafft, das so abzufeuern, dass es Baloui trifft. Nein! Fischis! Irgendwie habe ich das gewusst, wir haben schon das ganze Environmental-Gedöns gekillt, aber... Ihr schießt am liebsten immer irgendwo hin, wo man ruhig irgendwas kaputt machen kann, ne? Ja, irgendwas kaputt machen ist toll. Karzell, lauf um dein Leben. Ich will nicht laufen, ich will dich totsprayen. Ja, dann kriegst du jetzt eine Granate. Jo, tschüss Granate, mach's gut. Tschüss Granate, mach's gut. Tschüss Granate, mach's gut. Das kann nicht sein. Ich mag das. Ich hasse dich. So sehr. So sehr, so ein Glückspilz, ne? Das gibt's überhaupt nicht. Jo. Doch, jetzt mach doch auch mal irgendwas Sinnvolles. Hoi, Granatenkatze. Hallo. Ich komm doch leider hier nicht so... I bims bumm. Die ganze Feier, die ganze Zeit, dass er uns fertig macht. Das kann sich doch nicht gefallen lassen. Also, Malou, ich find das nicht nett, dass du hier davon ausgehst, dass ich dich hier fertig machen will. Nein, du machst Flocke fertig, damit kann ich leben. Ja, jetzt treff ich dich übrigens. Was ist denn das hier für'n, für'n... Ah! Aua! Nein, Luftflack! Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, oh nein. Flocke fahr mal nach rechts. Ja, genau. Das ist Waffen. Und Amor, ne? Du hast nur Amor gekriegt. Aber ist auch okay. Ich weiß nicht, was das kann. Versuchen wir's zu treffen. Versuch mal, was das hier kann. Ja, hoffentlich trifft das Katze. Der hat's gar nicht anders verdient. Ich glaub, dass ich dich treff. Oh, das ist... Das ist viel zu weit. Hoffentlich ist das ein Backroller, sonst trifft er nicht. Oh, oh! Das hat getroffen, Balou! Das war ja interessant. Interessant. In der Tat. In der Tat. In der Tat. Alpecin ist in der Lage, das Abwachstum zu erringen. Ja, da solltest du immer drüber nachdenken. Aber du bist ne Katze, die hat sowieso schon viel zu viel Fell. Hey, Katze! Ich treff Balou übrigens. Drei, zwei, eins, roll! Nachmacher! Ja, ich bin ein Roller, 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 yeah! Wie krieg' ich diesen blöden Katze in da unten jetzt mal weg? Warum hat sich das ganze Environment hier verändert? Weil ich jetzt hier das Doppel-Damage treffe und euch dann beide mit einer Granate, ey! Aha! Komm, guck, 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 guck! Nein! Drei, zwei, eins! Nein! Nein! Gut, dass ich da noch rausgekrabbelt bin, ey! What's holding that, ey! Ja, da kann's aber echt vom Glück reden! Was soll sowas denn? Manu! Kannst du dich gemobbt haben? Jetzt treffe ich! Ich mach jetzt ein Splitscreen, Alter! Mir egal! Safe treffe ich jetzt! Splitscreen, okay! Ja, ein Splitscreen! Guck! Das ist ein Splitscreen! Der macht jetzt hier Tylee und dann macht er... Jetzt hab ich aber ein Problem! Jetzt kannst du rein! Da, ich hab dir... Ey! Mann, war das wieder schlecht von mir! Mann, ne Mann, Mann! Wie viel hat da Louis denn eigentlich noch? Irgendwie, ich glaub, der Urlaub hat mir nicht gut getan! Kaktus! Kaktus! Was? Alle Kaktus? Ja! Der eine geht daneben, der andere trifft! Und meine auch! Aber wir haben ein Zahnrad gekriegt, dankeschön! Bitte! Gern gemacht! Mhm! Ich bin ne feine Katze! Glaub ich dir nicht, aber ist egal! Wie viel Leben hast du noch bei Louis? Zu viel! Ja, sehe ich auch gerade! Oh, das ist super knapp! Oh nein! Bats! Nein! Geh weg von mich! Juhu! Hahaha! Ich fahr da mal weg! Tschüss! Übrigens, bei Louis, das wird jetzt ein Direct Hit! Mit einem... Wo jetzt? Woher? Mit... Mit, äh... Flammenwaffe? Ich weiß gar nicht! Mute ihn einfach! Hab ich auch schon gemacht! Ja, manchmal... Der Roller! Tschüss Roller! Butz! Ich habe eine Nahkampfwaffe benutzt! Ich wusste nicht, dass es das gibt! Aber gut zu wissen! Es gibt auch so ne komische Gedönsbumsi wupsi! So, so, so... Shellshock! Nicht? Wie heißt's? Panzer von Mario! Panzer von Mario! Cooper Panzer! Der macht ein... Hui! Oh, es geht weiter! Wusste ich nicht! Entschuldigung! Ja, es geht weiter! Schlaf ruhig! Kein Problem! Da kommt ein Blitzeinschlag! Das ist böse! Der könnte mich jetzt totmachen! Der hat mich totgemacht! Und ich habe Malu hier noch gekillt! Juhu! Flocke hat gewonnen! Ich hab gewonnen! Juhu! Gut, Flocke! Ich bin sehr stolz auf dich! Wir haben uns gegenseitig so viel Schaden gemacht, dass Flocke überlegt hat, weil sie keiner beschossen hat! Das gibt's gar nicht! Wir sind aber schlecht, Katze! Ich hab übrigens gehört, dass hier noch ein Mensch ist! Hallo Mensch! Hallo Mensch! Da musst du aber ganz schnell einsteuern, weil wir schon in der Runde sind! Los! Los! Ist nicht das Video jetzt zu Ende, Katze? Oh, das Video könnte zu Ende sein! Ja! Ja, es ist zu Ende! Bedeutet im Endeffekt Menschen, Tiere und Doktoren, schaut in der Endkarte bei den Leuten vorbei oder in der Videobeschreibung bei den jeweiligen Links, die Leute davon links sind! Schreibt uns mal Kommentare, schreibt ein paar Bewertungen rein! Kommentarfische sind aber wie immer toll! Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal! Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt! Morgen ist Nier raus dabei! Morgen ist Nier raus dabei! Tschüss! 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 1 3 1 1 2 3 1 300 4 1 2 0 0 Bis zum nächsten Mal.